Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge, dieses Mal mit einem Beitrag zum bevorstehenden Vollmond im Zeichen Widder am 20. Oktober. Ein energiegeladener Vollmond steht er doch unter der Regentschaft und dem Einfluss von Mars, dem Planeten, den wir in seiner lichthaften Ausprägung mit Mut, Tatendrang und Pioniergeist assoziieren, in seiner schattenhaften Ausprägung hingegen mit Wut, Aggression und Konflikten. Von einem Vollmond sprechen wir, wenn sich Sonne und Mond gegenüber überstehen, wie hier in der Radik so schön zu sehen, mit dem Mond im feurigen Zeichen Widder und der Sonne im luftigen Zeichen der Waage. Damit bringt dieser Vollmond, der auf 27 Grad und 26 Bogenminuten stattfindet, zwei kraftvolle Energien zusammen, die inspirierend und wegweisend sein können. Schau also am besten gleich mal in dein Horoskop, wo sich bei dir 27 Grad Widder und 27 Grad Waage befinden. Denn das ist der Bereich bzw. das sind die Bereiche, die zu diesem Vollmond im Rampenlicht stehen. Besonders spürbar ist seine Energie dann, wenn du auf diesen Geraden Planeten oder andere wichtige astrologische Punkte stehen hast, wie zum Beispiel deinen Aszendenten oder auch deinen Berufungspunkt, deinen MC. Schauen wir uns nun, bevor ich gleich auf die Vollmondradix näher eingehe, die Verteilung der Elemente, der Zeichenmodi und Polaritäten zum Vollmond an. So zeigt sich eine kardinale, also neu initiierende, maskuline Energie unter Betonung der Elemente Feuer und Luft. Wenn du dir nun vorstellst, dass das Feuer in der Astrologie für unsere Antriebskraft und Leidenschaft steht, so steht die Luft für unsere geistige, mentale Ebene, also unsere Gedanken und Ideen. Wenn nun Feuer und Luft zusammenkommen, ist es, als ob wir für eine Idee Feuer und Flamme sind, als ob eine Idee ein Funke in uns zündet, der unsere Lebensgeister erweckt. Solange wir mit diesem aufkeimenden, mit diesem auflodernden Feuer in uns achtsam umgehen und uns nicht allzu vehement über unsere Mitmenschen hinwegsetzen oder uns in Wortgefechten und hitzigen Diskussionen verlieren, dürfte uns diese Energie einen deutlichen Vorwärtsschrub schenken. Werfen wir nun einen Blick auf die Widder-Vageachse, auf der dieser Vollmond stattfindet, so steht der feurige Widder für unseren Überlebensinstinkt. Für den Krieger oder die Kriegerin in uns, der oder die alles dran setzt, um die eigenen Bedürfnisse erfüllt zu sehen. Das ist jene Seite in uns, die selbstbewusst, dynamisch und initiativ ist, während die luftige Waage eher mit einer Diplomatin vergleichbar ist. Sie zeigt jene Seite in uns, die beziehungsorientiert, taktvoll und höflich ist. Das heißt beiden, sowohl dem Widder als auch der Waage geht es darum, die eigenen Bedürfnisse zu befriedigen. Nur tun es beide auf eine völlig konträre Art und Weise. Stell dir dazu den Widder als das Ich und die Waage als das Du vor. Der Widder setzt seine Bedürfnisse zumeist zielstrebig und sich selbst treu bleibend durch, während die Waage oft bemüht ist, sich selbst und ihre Bedürfnisse durch die Augen des Anderen zu betrachten. Sie schaut nicht nur auf sich, wie das der Widder vorzugsweise tut, sondern auch auf den Anderen. Während der Widder also ganz klar und unverblümt seine Ziele durchsetzt, mag die ausgleichende Waage oftmals zu viele Kompromisse eingehen und zu angepasst sein. Insofern stehen sich hier mit dem Widder unsere Durchsetzungskraft und Kampfbereitschaft und mit der Waage unsere Durchsetzungsschwäche und unser Harmoniebedürfnis gegenüber. Also auf der einen Seite unsere Bereitschaft, die Führung, das Zepter zu übernehmen, auf der anderen Seite unser Wunsch, uns anzupassen und der Führung anderer zu folgen. Insofern repräsentiert die Widder-Wage-Achse die Beziehungsachse, die uns in unserem Horoskop zeigt, wie wir mit unserem Umfeld in Beziehung treten und wie wir unsere eigenen Bedürfnisse stehlen. Sie zeigt uns einerseits, wo wir Verantwortung für unsere Bedürfnisse übernehmen, andererseits auch, wo wir dazu geneigt sind, die Verantwortung an unser Umfeld abzugeben. wo führen wir, wo folgen wir, können die begleitenden Fragen zu diesem Vollmond sein. In diesem Zusammenhang muss ich an ein Zitat von Lao Tse denken, das da lautet, alle Dinge haben im Rücken das Weibliche und vor sich das Männliche. Wenn Männliches und Weibliches sich verbinden, erlangen alle Dinge Einklang. So tragen wir in uns alle eine männliche vorwärtsstrebende Seite, die sich in der Astrologie in der Sonne widerspiegelt, sowie eine weibliche introvertierte Seite, die der Mond symbolisiert. Also eine Seite, die führen und eine Seite, die folgen möchte. Und es ist an uns, diese Seiten in ein Gleichgewicht zu bringen. Und ein schönes Beispiel bietet hier der Tanz, der klassische Tanz. Tanzen wird immer dann zur Kunst, wenn zwei Menschen zu einem harmonischen Tanzpaar werden und sich als Einheit aus zwei Körpern bewegen. Dabei bedeutet führen, beim Tanzen die Kontaktflächen des Körpers und den eigenen Körperschwerpunkt zu nutzen, während Folgen beim Tanzen heißt, Impulse aufzunehmen und mit dem eigenen Körper richtig umzusetzen. Da ich selbst sehr gerne tanze, bevorzugt lateinamerikanische Tänze, wie zum Beispiel Saisa und Bachata, muss ich gerade an meinen Tanzlehrer hier auf Teneriffa denken, der mir mal vor einigen Jahren sagte, dass das beste Heilmittel für seelische Ungleichgewichte der Tanz sei. Denn er zeigt jedem Tänzer, jeder Tänzerin ganz unmissverständlich auf, wo die eigenen Schwächen sind, wo wir zu viel oder zu wenig Führung übernehmen. In diesem Zusammenhang muss ich jetzt, da der Mond im Zeichen Wider steht, auch an die wohl faszinierendste First Lady der Vereinigten Staaten denken, nämlich an Jackie Kennedy Onassis. Denn sie ist es, die mit dem Mond im Zeichen Wider geboren wurde und die uns die Energie dieses Vollmondes am Beispiel ihres Lebens etwas näher bringen kann. Jackie Kennedy war eine sehr kultivierte First Lady, die nicht nur viel Wert auf ein ästhetisches Äußeres legte und damit eine schöne Ikone an der Seite ihres Mannes war, sondern sie war auch sehr belehrt, sprach mehrere Sprachen fließend und wurde nach dem Tod ihres Mannes eine erfolgreiche Buchautorin. Wir alle erinnern uns vermutlich irgendwo an die Bilder, als ihr Mann, der amerikanische Präsident John F. Kennedy, nach seiner damals gerade mal dreijährigen Amtszeit im Jahre 1963 in Dallas, Texas ermordet wurde. Die Welt war damals geschockt, als sie zusehen musste, wie John F. Kennedy an der Seite seiner Frau Jackie in der Limousine erschossen wurde. Jackie, die ihrem Mann bis zu seinem Tod im Hintergrund den Rücken stärkte, ihm auf Schritt und Tritt folgte, zeigte nach seinem Ableben, wie enorm widerstandsfähig sie war. Denn sie führte mit Anmut damals das amerikanische Volk durch diese schwierige Zeit der Trauer und zeigte sich damit nach außen nicht mehr nur als eine schillernde Schönheit, wie sie das zuvor an der Seite ihres Mannes getan hat, sondern auch als eine sehr widerstandsfähige Führungspersönlichkeit. Und genau diese Widerstandsfähigkeit ist es, die den Mond in Wider auszeichnet. Menschen mit dem Mond in Wider stellen sich großen Herausforderungen und haben eine sehr unabhängige Ader. In ihrem Leben gehen sie durch viele Höhen und Tiefen und auch wenn sie mal deprimiert sind, flüchten sie nicht vor der Welt und ihren Problemen, sondern suchen aktiv nach Lösungen. Ihre Kindheit war oft von konfliktreichen Situationen begleitet, so dass die Menschen mit Mond in Wider vor Konfrontationen nicht zurückscheuen und eine starke Persönlichkeit ausstrahlen. Wenn wir uns nun begleiten zu diesem Beispiel, die weiteren Aspekte anschauen, die dieser Vollmond in Wider eingeht, so können wir auf den ersten Blick sehen, dass Mars, der Regent des Widers und dieses Mondes, an der Seite der Sonne steht, also eine enge Verbindung mit ihr eingeht. Und immer dort, wo die Sonne ist, möchten wir strahlen. Damit erweckt Mars unsere Tatkraft, unsere Handlungsbereitschaft, unseren Mut, für das einzustehen, uns für das stark zu machen, was uns persönlich wichtig ist. Das heißt, in dem astrologischen Haus, in dem du 27 Grad Waage stehen hast, genau das ist der Bereich, wo du in diesen Tagen vorwärts kommen und gleich der Sonne strahlen möchtest. Da Mars sich hinter der Sonne befindet, ist es, als schenke er uns hier den benötigten Rückenwind. Das heißt, der Mond in Wider zeigt uns, was wir uns persönlich wünschen, während uns die Sonne mit Mars in Waage zeigt, wo wir uns mit anderen zusammentun, wo wir uns, also wo wir ins Gespräch gehen, um einvernehmliche Rahmenbedingungen zu schaffen. Solltest du zwei bis drei Tage vor dem Vollmond das Gefühl haben, dass es hier möglicherweise ein Ungleichgewicht gibt, im Hinblick auf das, was dir wichtig ist und dem, was deine Mitmenschen von dir erwarten, dann wirst du vermutlich das Bedürfnis verspüren, spätestens zu diesem Vollmond genau das anzusprechen, was dich belastet. Denn kurz vor dem Vollmond, um genauer zu sagen, am 18. Oktober wird der Mond eine Konjunktion mit Hieron, mit unserer Urwunde eingehen. Und das ist ein sehr sensitiver Punkt. Das heißt, du kannst in diesen Tagen deutlicher spüren, wo du dich zu sehr von dir entfernt und dich an den Bedürfnissen anderer orientiert hast. Und da jeder Vollmond in gewisser Weise etwas zum Abschluss bringt, vermagst du in diesen Tagen zum Vollmond dein Anliegen klarer und auch vehementer kommunizieren. Dies zeigt zum Vollmond auch die Opposition von Venus in Schütze und Lilith in Zwillinge. Venus steht immer für das, was uns wichtig ist, für wichtige Beziehungswerte. Lilith steht eher für unsere dunkle Seite, die dunkle Mondseite in uns, die wir uns manchmal nicht so gern anschauen mögen. Während also Venus in Schütze uns darin unterstützen kann, unsere Meinung, unseren Standpunkt weltoffen und tolerant zu vertreten, vermag Lilith in Zwillinge uns dazu verleiten, anderen unsere Meinung, unsere Weltsicht aufzuerlegen und in Gesprächen das letzte Wort haben zu wollen. Diese gefühlte Dringlichkeit, unsere Bedürfnisse nicht mehr länger unter den Teppich kehren zu wollen, endlich auch die unangenehmeren Dinge anzusprechen und reinen Tisch machen zu wollen, kann in diesen Tagen stark werden. Dafür sorgt auch das T-Quadrat oder im Besonderen das T-Quadrat, dass Sonne und Mars in Waage sowie der Mond in Widder zu Pluto in Steinbock bilden. Und wann immer Pluto, der Regent des Skorpions, seine Finger im Spiel hat, kommt alles verdrängte, alles schmutzige, tabuisierte und geheimnisvolle an die Oberfläche. Und das kann ungemütlich sein und einige Emotionen hochkochen lassen, wenn wir nicht achtsam sind. Spätestens am 22. Oktober, also zwei Tage nach dem Vollmond, wenn genau dieses T-Quadrat von Mars zu Pluto exakt wird. Bei einem solchen kraftvollen T-Quadrat geht es stets darum, uns bewusst zu machen, was uns fehlt. Stell dir dieses T-Quadrat auch gerne wie einen Stuhl vor, der auf drei Beinen steht. Das eine Bein dieses Stuhls repräsentieren zu diesem Vollmond Sonne und Mars in Waage, das zweite Bein der Mond in Widder und das dritte Bein Pluto in Steinbock. Damit dieser Stuhl nun stabil wird, brauchen wir ein viertes Bein. Und das finden wir in dem Zeichen in unserem Horoskop, das dem Steinbock, also der Spitze des T-Quadrats exakt gegenüberliegt. Und das ist in diesem Fall der empathische Krebs. Schau am besten gleich mal in deinem Horoskop, wo sich dieser Bereich von etwa 23 bis 27 Grad Krebs befindet. Hier in diesem Bereich kannst du dein Selbstvertrauen stärken, kannst deinem Bauchgefühl vertrauen und erkennen, was jetzt gut und richtig für dich ist. Und wenn du diesen Bereich dann noch in Verbindung bringst mit dem astrologischen Haus, wo du im Besonderen 10 bis 12 Grad Waage stehen hast, dann kannst du hier etwas zum Abschluss bringen, das dich seit Anfang September beschäftigt hat. Denn der Bereich 10 bis 12 Grad Waage ist der Punkt, den Merkur in Opposition zu Chiron bereits in der ersten Septemberwoche inne hatte. Das heißt, hier haben wir schon länger an einem für uns wichtigen Thema Jahr gearbeitet. Und jetzt, da Merkur, der Nachrichtenübermittler und Kaufmann unter den Planeten, ab dem 18. Oktober in denselben Geraden wieder direktläufig wird und auch Jupiter, der große Glücksbringer und Optimist in den Vorwärtsgang wechselt, stehen die Chancen für eine positive Entwicklung unserer Vorhaben in diesen Bereichen unseres Horoskops besonders gut. Um dir hier ein handfestes Beispiel zu geben, der Bereich 23 bis 27 Grad Krebs fällt in meinem Horoskop in das zweite Haus der Werte. Der Bereich 10 bis 12 Grad Waage in das vierte Haus des Wohnortes. Seitdem ich auf Teneriffa bin, seit Anfang September, suche ich hier nach einer etwas ruhig gelegeneren Wohnung, etwas außerhalb der touristischen Zentren. Und jetzt, da ich die passende Wohnung gefunden habe und Merkurs Rückläufigkeitsphase dazu genutzt habe und immer noch nutze, einige Vertragsinhalte juristisch überprüfen zu lassen, ist bereits abzusehen, dass es zum Vollmond zu einem Vertragsabschluss kommen wird. Damit hat sich in den letzten Wochen ein für mich wichtiger Wunsch und Wert, also Haus 2, im Hinblick auf mein neues Zuhause, also Haus 4, erfüllt. Bekräftigt wird dieser Vorwärtsschub zum Vollmond, auch durch das harmonische Lufttrigon, das Saturn in Wassermann, Lilith in Zwillinge und Merkur in Waage zum Vollmond bilden. So auch durch das Trigon von Sonne und Mars, sowie das Sextil von Mond zu Jupiter in Wassermann. Neue Rahmenbedingungen und Regeln im Hinblick auf zukunftsweisende Projekte, sowie Vertragsabschlüsse können damit eine erwünschte Begleiterscheinung sein. Falls dir also in diesen Tagen auf einmal bewusst werden sollte, dass dir manches leichter von der Hand geht als vorher, dann genieß diese Leichtigkeit, ohne stehen zu bleiben. Bleib einfach dran an den Dingen, die dir wichtig sind, so kann dieser Vollmond ein kraftvoller Abschluss einer sehr produktiven Phase für dich werden. Wenn du also Planeten oder andere wichtige astrologische Punkte in den kardinalen Zeichen und das sind Widder, Krebs, Waage und oder Steinbock stehen hast, etwa zwischen 22 bis 28 Grad, dann wird die Energie dieses Vollmondes für dich besonders spürbar sein. Und du wirst vermutlich diese Tage besonders gut für dein Vorwärtskommen nutzen können. Auch wenn du Planeten oder andere wichtige Punkte zwischen 22 bis 28 Grad in den Luftzeichen Zwillinge und Wassermann und oder in den Feuerzeichen Löwe und Schütze stehen hast, vermag dich die Vollmondkraft ebenfalls sehr unterstützen und beflügeln. Diesen engeren Orbit von 22 bis 28 Grad habe ich ganz bewusst gewählt, weil hier das Quadrat zu Pluto und das Trigon sowie das Sextil zu Jupiter am kraftvollsten ist. Solltest du heute zum ersten Mal hier dabei sein, so kann ich dir nur ans Herz legen, dich mit deinem Geburtshoroskop deiner astrologischen Seelenlandkarte vertraut zu machen. Denn die Astrologie ist sehr lebendig und kann dir als wertvolle Orientierungshilfe und Wegweiser dienen. Erstelle dir, also wenn du magst, am besten gleich mal dein Geburtshoroskop in einem der vielen kostenfreien astrologischen Internetportale. Die Seite von astro.com ist ein solch professionelles Portal. Du erhältst dann eine Radix, einen solchen Kreis, wie du ihn jetzt eingeblendet siehst, der in zwölf Abschnitte den sogenannten astrologischen Häusern eingeteilt ist. Diese zwölf Häuser repräsentieren die wesentlichen Lebensbereiche unseres Daseins und was die Häuser jeweils thematisch auszeichnet, siehst du in den Beschreibungen, die ich jetzt nacheinander für alle zwölf Häuser einblende. Und solltest du alleine vielleicht nicht ganz so gut zurechtkommen, findest du auf meiner Webseite den möglicherweise für dich wertvollen Impuls oder auch das passende Angebot, seien dies die schriftlichen Horoskopanalysen, mein Beratungsangebot oder auch die Programme wie das Berufungs- und Beziehungsprogramm. Ja und damit möchte ich meinen heutigen Beitrag nun gerne schließen. Ich danke dir an dieser Stelle wie immer dafür, dass du zugeschaltet hast und freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder dabei bist im Rahmen dieses Podcasts und sage auf bald mit einem ganz herzlichen Gruß an dich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.